Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Pokemon Trend Card Game Online mit eurem Dorit43. In der letzten Folge haben wir einen Booster aufgemacht, unser Ziel erreicht, also 50 Pokecoins. Und in den nächsten Folgen ist unser Ziel 100 Punkte zu erreichen, also 30 Punkte noch für 2 Turniertickets. So, wer wird unser Gegner denn? Es wird... Yuan, 95, 15. Er spielt das vor der Deck von XY. Ich bin am Zug. Was kriegen wir auf der Hand? Dann nehmen wir erstmal Teddy User. Diesmal haben wir eine gute Hand bekommen. Und ich beende meinen Zug. Das tut jetzt mal weh. Aua. Das will noch ein bisschen abbekommen an Schaden. Da hat man nix. Und wir kriegen auch keine Energiekarten mehr. Hat das Spiel uns nicht mehr lieb? Oder was? Ah, du darfst sieben neuen Karten ziehen. Komm, mach noch ein Pokemon auf der Hand. Und dann bist du da unten. Und wir kriegen immer noch nix. Was ist das? Ich hab quasi nix auf der Hand. Ah, er will jetzt quasi wieder neue Karten ziehen. Kann der machen. Und ne Feuer Energie. Das bekommt Quotter. Die Energiekarte. Und jetzt setzt der Flammenwurf ein. Komm, Osering. Mach was. Oh, endlich meine gute Karte. Zack, zack. So, jetzt sollen wir mal überlegen. 30. 30. 70. Ein Pokemon braucht ihr. Braucht ihr noch auf der Bank. Dann geht unsere Strategie auf. Und macht es? Ja. Ja, er macht es. Er hat es getan. So. Vertretung. Gedankenstoß. Ah, Hitzestoß hat er da noch. Mit 110 Kp. Makaro. Und 15,40. Er greift an mit. Glührende Kohlen. Ja, er bereitet sich vor. Den, den. Gedankenstoß. Und nehmen wir mal die Preiskarte. Sehr gut. Was für ein Noob. Was für ein Noob. Was für ein Noob. Aua. Das hat wir getan. Ja. 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 Gucken wir mal, welche Karte nehmen wir auf der Hand wieder und zwar der hier. Aua. Das hat wir getan. Ähm, das? Gucken mal, was sehen wir? Können nochmal zweimal protecten. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Ja, zuck. Aber? Aber? Was? Machen wir mal so Und down Das hat schon mal funktioniert Noch eine Magic Karte, sehr gut Jetzt kommt Galoppa ins Spiel Jetzt kommt Galoppa ins Spiel So was macht der? Ähm Tut mir mal Rückzug Dann hier Und dann Mundlich Absorption 70 Schadenspunkte kriegt der jetzt so gerechnet So Er tut nochmal auswechseln Was für Die Uh oh 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 rückzuck ah keine rückzuckkosten sehr gut ah die fähigkeit so down Ja, mein Freund, das war wohl gar nix, ne? Endtape! So, wie viel braucht der noch? Ähm... Ähm... Oh, Nebordark. Wie heißt, muss er noch nicht? Vollenergierter gewonnen. Oder? 100... 120, ja. GG! Alter Junge. So, diesmal hatten wir kein Glück, aber... Das war ein guter Gegner. Ich hab's mal wieder geschafft, bis zu einer Preiskarte dann auch mal eine. War ein sehr spannendes Duell. So! Leute, das war's auch jetzt von dieser Folge von Pokémon Training Card Game Online. Mein Name ist Dory43 und ein... Tschüssiikowski, ne? Bis dahin. Ciao, ciao!